Eine Drohne fliegt über das Meer zur Insel Dadaun, die zur tavernesischen Inselgruppe Kinmen gehört. Auch die Propagandaaufschrift an der Küste, die während des Kalten Krieges angebracht wurde, ist deutlich zu sehen, mit den drei Prinzipien des Volkes China Vereinigen. Eine weitere Drohne fliegt von der chinesischen Stadt Xiamen nach Kinmen. Die Drohne fliegt über Baggerschiffe, Dörfer, fahrende LKWs, Inselbewohner und auch Touristen. Kinmens Bürger sind besorgt über das Eindringen der chinesischen Drohnen. Eine Frau fürchtet, dass wichtige Militärbasen auf der Insel von den Chinesen ausspioniert wurden. Ein Mann ist der Meinung, dass das Militär den dort stationierten Soldaten Ausrüstungen zur Störung der Drohnen zur Verfügung stellen soll. Seit vergangener Woche kursiert ein Video auf sozialen Medien, auf welchen man taiwanesische Soldaten sieht, die Steine auf eine Drohne in der Nähe des Wachpostens der Insel Liyue werfen. Am 1. September hat Taiwans Militär zum ersten Mal eine chinesische Drohne abgeschossen, nachdem die Soldaten vergeblich versucht hatten, die Drohne durch Leuchtraketen zu vertreiben.